Hallo Leute! Ich bin's hier wieder, eure Sabrina, und wir haben hier heute eine Quest bei Frau Holzworth. Und, hey Sabrina, bist du hier, um das letzte Weihnachtsgeschenk im Moorland zu finden? Was? Hast du vorher noch nie nach den letzten Weihnachtsgeschenken gesucht? Das ist eine alte jörwäckische Tradition. Vor langer Zeit gab es einst einen König, der so verrückt nach Weihnachten war, dass er es nicht bis Heiligabend aushalten konnte, um die Geschenke auszupacken. Jedes Jahr war es das gleiche Theater, und jedes Mal war einige Tage vor Weihnachten überall Weihnachtspapier im gesamten Schloss verteilt. Letztendlich hat die Königin genug davon und versteckte all seine Geschenke im Schloss. Der König suchte und suchte und fand alle Geschenke noch vor Weihnachten, alle bis auf eins. Leider erinnert sich die Königin nicht mehr daran, wo sie es versteckt hatte. Aber es war auch irgendwie gut, da der König auch so nach Weihnachten noch etwas zu tun hatte. Irgendwann fand er schließlich, und die Königin hatte ihn noch nie so glücklich gesehen, auch wenn nur noch eine alte Kruste im Paket geblieben war. Seitdem versteckten wir immer ein zusätzliches Geschenk nach Weihnachten. Und alle, die wollen, können danach suchen. Das letzte Weihnachtsgeschenk enthält nichts Spezielles, aber es ist immer spaßig, auf Schatzsuche zu gehen. Willst du es versuchen, Sabrina? Wenn du das Weihnachtsgeschenk findest, bekommst du eine Kleinigkeit von mir. So, was bekommen wir dann? Du willst? Gut, ich habe das letzte Weihnachtsgeschenk am Moorlandstall versteckt. Suche dort und komme dann zu mir zurück. Viel Glück! So, wir haben die Aufgabe angenommen. Und dann suchen wir jetzt erstmal einen Moorlandstall. Okay. Das ist irgendwo hier in der Nähe. Okay. Okay. Ich sehe dir das. Ich sehe es nicht. Hmm. Okay, da verlassen wir das Gebiet. Jetzt spinnt gerade mein Headset wieder rum, das will ein bisschen Strom haben, dann geben wir dem Headset jetzt erstmal ein bisschen Strom. So, das Headset hat jetzt Strom und jetzt gucken wir erstmal am Moorlandstall, wenn wir rein reiten. Es wird wärmer und wärmer, viel wärmer, kälter. Also hier ist es schon mal nicht. Sehr warm, kochend heiß und wir haben es gefunden, es war hier am Baum. So, dann schnell zurück zu Frau Holzworth. Ich sehe, du hast alle gefunden. Gute Arbeit. Weißt du, wenn du in Jörbeck herumreitest, findest du wahrscheinlich andere, die Geschenke versteckt haben. Erwarte keine tollen Geschenke, wenn du deren Weihnachtsgeschenke findest, aber kleine Dinge sicherlich immer. Ganz nebenbei, hier ist mein kleines Geschenk. Bis dann, Sabrina. So, wir haben Frau und Frau Holzworth als Weihnachtsgeschenk so ein kleines, eine Mandarine bekommen. So, das war's dann erstmal von uns wieder hier. Das war das Geschenk aus Moorland, von den Moorlandstellen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann!